Raketas Golfers, willkommen zurück zu einem neuen Video. Die üblichen drei Verdächtigen, heute sind wir nur zu dritt. Wir spielen ein Dreiloch-Match, keine Regeln, also außer die gewöhnlichen Golfregeln. Alle gegen alle mit Kratzen und Beißen. Wer am Ende die wenigsten Schläge hat, hat gewonnen. Los geht's, dann machen wir's. Matthias fängt an, der hat gerade zuvor ein wunderschönes Igel auf ein Paar Fünf gespielt, 160 Meter. Hole in. War das ein Hybrid, Matthias? Hybrid, Weltklasse. Sieht super aus. Also Jens, ganz, ganz viel Druck. Matthias hat super vorgelegt. Das ist eine ganz, ganz gute Birdie-Chance. Der ist auch gut. Ein bisschen zu weit left. Auch doch. Guck mal. Puh, do, 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 do. Oh, lefty, over the banker. The green. Sehr gut, jetzt müssen wir laufen. So. Oh, 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 oh. Kein Break. No Break. Also Birdie Putt. Nach einem Igel kommt ein Birdie, hat man doch so gesagt, oder? Ja. Der Loppelfogel. Nein, der ist drin. Jawoll. Sehr schönes Ding. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo sind die Kameras? Ach ich mach das zum Beruf. Okay, jetzt wirst du komisch. Gehängen geblieben. Ah, fuck. Vier. Schlecht. Wenn die Nagel die in Ryan für eine Park. Pärchen. Sehr schön. Sehr gut. Yeah. Also Matthias, du machst mir langsam Angst. Igel auf der Neun, Birdie auf der Zehn. Was ist da los? Nice. Dackeltöter. So, Jens. Wir sind schwer unter Druck. Ja, ich, ich. Der haut uns gerade die Bälle um die Ohren hier. Hier. Ihhah. Gut. Matthias dürfen wir jetzt nicht laufen lassen, Jens. A little right racket. Ja. On the hill. Nice. Second Shot, Rene. Keine geile Lage, kein guter Abschlag. Hier, Rene. Er muss wieder zaubern jetzt hier. Schön. Jihah. So. Oh la 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 la. Left corner. Schade. Sehr schön. Passt. On the top. Gut. Ja, tiefe Lage. Jetzt geht extrem bergauf. Average. 89, 83. Bisschen left war klar, weil er so liegt. Aber okidoki. Mehr geht da nicht. Etwas weit, aber... Jaaa. Oh, danke. Zum Pärchen. Geschenkt. 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 Sechs. Jawoll. Danke. Also Raketen. Letzte Loch. Matthias hat sich einen Ticken abgesetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gönne ich dir. Kleines Bild. Gar nicht. Also, letzte Loch. Finale. Mal gucken, wer das Ding jetzt holt. Ja. So, ich fange dann gleich mit dem Bryson DeChambeau Ball an. Ich gehe mit dem Bridgestone direkt steil und sage natürlich Layup. Nein. Oh, fucking Kartoffelfeld. Auf den Bäumen. Schön. Bleib da. Ja. Hat den Baum da getroffen, aber alles gut. Okay, Jens. Du warst ein bisschen auf Abwägen. Aber mit der 3 mache ich wieder Fire on the Line, wie immer. Alles klar. Ah, schöner. Nicht ganz auf der Linie, aber guter Kontakt. Ja, das war aber kein guter. Oh, ja, 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 ja. Das haben wir. Das ist so. Das ist so. Schön. Sehr gut. Wenig Grün. A-Anlage. Ich bin glücklich. Ja, super. Matthias, du könntest, glaube ich, einen ganz entspannten 2-Pud machen. Dann solltest du das Ding eigentlich gewinnen. Oh, ein Jumper, aber was für einer. Ja, der liegt noch nicht im Freundeskreis. Nailed er ihn. Das ist schön. Und er ist wieder der Anti-Putter. Sehr schön. Ah, souverän. So, Matthias. The winner is Matthias. Souverän gewonnen, Glückwunsch. Danke. Sehr gut gemacht. Schönes Igel, schönes Birdie, alles dabei gewesen.